also ich dachte du ich dachte du hast jetzt mal den an okay ja wir sind jetzt wieder hier bei portal und das hat gerade geleckt 3 so wie ich gerade mitbekommen blaues für die hast du das schon mal durch naja sind deine punkte da hinten oder wie oder was ist das für eine anzeige keine ahnung mit schritte die ich gegangen bin okay gehen wir einfach mal warte ich wollte eigentlich eine team aktion machen aber egal verkackt so kann das gar nicht lesen doch machen wir müssen einfach nur rein ich dachte muss doch ja also schon eingestellt welches level dass wenn wir hier also welchen abschnitt hier aus 3 wählen wollen und werden natürlich dass du das dann nicht durchgespielt hast den ersten ich habe überhaupt nie gespielt ich habe damals eine demo her von portal 1 und dachte mir okay eigentlich ganz gut das spiel aber du bist irgendwie gefangen in so einer weißen komischen quadratischen welt das habe ich portal nie so gespielt und Zigarette ist ein gutes stichwort da mache ich mir jetzt auch mal einer an diese strecke wurde von den menschen erschaffen und dann aufgegeben wie so oft schaffen sie etwas wundervolles und lassen es dann fallen ins wasser darf ich nicht nehmen kann man sie diese strecke so tödlich hier falsch was doch weißt du es nur mein gott oder was richtig lieber falsch ne oder so oder nicht immer kommuniziert wir können ein portal machen und da hinten aber nein 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 du machst jetzt kein portal sondern ich mach einfach das hier ja genau so meinte ich doch oh ok ah da hinten müssen wir hin ich sehe schon hä warte da hinten bist du gelaufen so jetzt ist die frage wo alles um du musst es glaube ich haben die wand und portal packen und das andere an die will dann lassen wir mal kurz vorbei boah Was machst du? Du hast mich nicht vorbeigelassen. LOL, ich hab dich gar nicht gesehen. Geh hinter dir. Weg da jetzt. So, also einmal hier. Und wo? Und eins hier. Und dann, wo das andere? Da. Dort hinten. Bist du sicher? Ja. Weil jetzt können wir durch dein Portal laufen und kommen weiter. Ich muss jetzt mit der rechten Hand rauchen, weil mit links laufen und so. So, jetzt bin ich. Ach, jetzt einfach da runter. Oh Gott, Idiot. So. Ah, ich sehe schon. Oh nein, falsch. Obwohl. Nein, noch nicht. Ah. Hat das hiermit irgendwie was zu tun? Ach, da kommt der Ball wieder raus. Äh, Moment. Du, Moment. Ja, ja. Ich bin, ich jump' gerade um mein Leben. Nein. Mach mal bitte hier ein Portal. Oder ich springe. Warte, ich mach dir eins. So. Okay. So, jetzt springen. Oh yeah. Oh yeah. Warte, warte, warte. Ah, hier ist ein Knopf. So, jetzt muss ich da rüber. Aber. Wo musst du hin? Oder wo muss ich hin? Ja, ich sehe es ja nicht. Äh, Tab. Für meine Sicht. Oh. Äh. So, das war natürlich ein bisschen scheiße. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß wohin. Ja, doch, ich weiß es auch, weil wir machen das, du machst jetzt hier ein Portal. Da. Na, F da. Und machst das nächste Portal da. Unter mir oder wie? Ja, du machst jetzt, nee, geh mal zurück durch mein Portal, lauf einfach mal zurück. So, und jetzt machst du einmal hier eins, das hast du schon, und machst das nächste da. Ach, genau. Damit du in den Schalter hin kommst. Da wollte ich auch hin tun, das Portal. Ja, aber du müsstest jetzt durch dein eigenes Portal laufen, um halt zum Schalter zu kommen. Oder ich. Und nicht durch mein. Und der. Aha. Andere Richtung. Sehr gut. Ach so, ja, stimmt. Ja. Hm. Ich muss jetzt mal wieder reinkommen ins Spiel, das ist ja... So. Och! Ach, okay. Jetzt haben wir einen Ball. Au. Wo muss der denn hin? Der muss hier nach oben hin. Oh. Da hinten. Aua. Da. Falsch. Aber auf jeden Fall da hoch. Also wir die vorschlagen, äh... Einen. Nein, du hast den Ball zerstört, oder? Hast du den mitgenommen? Nee, hast du nicht. Nee, hab ich nicht. Okay, dann... Ähm... Jetzt einfach so. Und du machst jetzt hier ein Portal. Ja. Okay. Und du machst mir dann, wenn ich fliege, ungefähr in der Höhe in den Portal. Also sobald ich über... Über... Also das Ausgangsportal von dem Strahl... Alles klar. ...setz du hier hin, ne? Wohin? So, dass ich auf deine, auf dem Lichtsprall lande, ja. Ey, cool. Ich bin auf... Du kannst auch so... Du kannst einfach hochhüpfen und dann hier runterjumpen mit dem Ball. Geht das? Nee, weil wenn ich durch die... Kannst du den nicht loslassen, ne? Durch diese... Durch diese Energiewand fliege, dann ist der Ball im Eimer. Nee, dann kann ich doch dein Portal einfach... Ah, stimmt. Nee, du musstest mir jetzt einfach nur... Dein Portal ist dann wieder weg. Also nochmal da einzeln. Ja. Ja. Und? Und wenn ich dann... Wenn ich dann die... Das nächste setze, ungefähr in die Höhe, ja. Ah, okay. Auf derselbe. So, dass ich... Aber erst halt, wenn ich... Wenn ich über die Höhe geflogen bin, ne? Eins, zwei, drei. Mach's nochmal weg. Wie mach ich das weg? Ja, zum Beispiel schießt du das jetzt an die Wand hier oder so. Nebendran. Aber das ist nicht mein Flugweg blockiert. Ja, aber ich hab ich. Okay. Okay. Und dann überschreibst du es wieder. Ja, ich weiß, ich weiß. Let's go. Sehr gut. Oh mein Gott. Me awesome. Oder wie war nochmal der geile Spruch? Ja, du bist awesome, mei. Me awesome. Genau. Es ist die eine Sache, die ihr nicht könnt. Boah, sag mal her. Ach, dieser Ladebüllchen, der ist aber auch immer so lang, ne? So, nochmal ein Schläckchen trinken. Ich hab nix mehr. Ich muss verdursten, ich muss lieber mein Speichel überleben. Ich hab nix mehr. Ich hab nix mehr. Ich hab nix mehr. Ich hab nix mehr. Warte mal, bevor du irgendwas machst, die mich tötest. Überschreib mal bitte meine beiden Portale. Oh, warte, da geh ich aber. Oh mein Gott. Hier kannst du keine setzen. Ja. Da kann man nur hinzuhören. Und dann. Hm. Die N-Behindern, da sehe ich aus. Achso. Guck mal. Guck mal, ich sehe mich dreimal. Äh, zweimal. Das ist das dunkelblau. Ich hab keine Waffe in der Hand. Komm mal, komm mal hier weg. Genau, bleibt da stehen. So, weiter geht's. So, warte, ich glaub, das war, nee, wir sind jetzt hier. Da muss man auf jeden Fall dann da ein Portal noch machen. Und jetzt müssen wir irgendwie durch Mainz. Guck mal, hier, da bin ich. Ja, jetzt gehen wir wieder zurück. Genau, und jetzt überschreibst du meinen Applaus. So. Komm wieder weiter. Oh mein Gott, das ist ja ein Labyrinth. Warte, ich hab noch einen Zug. Du darfst jetzt gar nichts mehr machen, weil sonst fallen wir in den Boot. Okay. Geh. Geh. Ja, ja, ich hab nur kurz meine Zigarette ausgedrückt. Es sei dir erlaubt. Hm, vielen Dank. Weißt du, wenn ich gemein wäre, würde ich jetzt... Du bist so ein Schweinefieser, ey. Oh man, ey. Du bist doch... ...meine Frechheit. Oh man, ey. Ey, wir werden beobachtet. Uh. Sehr gut gemacht. Ihr habt nur... ...ein... ...mal in diesem Test versagt. Ja, das war der Blaue, der hat versagt. Also ich kann da nichts dafür essen. Ich kann das Spiel einfach nicht... Ey, du bist ein Mörder bist du. Du hast mich umgebracht. High five, ey. Wo bist du vorsätzlich? Äh. Ach. Ah gewöhnliches Kind, du. Hey, ich spiel toll, ich muss... Was hast du nochmal gesagt? Hä? Was hast du nochmal gesagt? Was für ein argo-gewöhnliches Kind? Ah gewöhnliches Kind. Ach so, ja, ja, ich bin... Ich bin ein Aloha. Man kann Pflanzen nicht testen. Äh, okay. Das war so ein bisschen botanisch, ne? Ein bisschen gefährlich. Hohohohohohoho... Jetzt gucken wir doch mal. Okay, komm doch... Yes! Oh! Ah, Moment! Ich glaube, ich muss... Oh mein Gott, willst du mich um... Drück mal! Okay! So, ähm... Ich nehme mal den Ball Und du machst jetzt halt Portale Scheiße, ich kann nicht fallen lassen Du wirst wissen, wo also Hä? Doch! Ähm... Ja, eins da an der Wand in dem der Strahl mündet Nein, ja... Ähm, jetzt gehen wir da rüber Nein, nicht da hin Und hier oben an der Wand eins Da... Genau Jetzt laufen wir durch dein Portal Meinst du es wo? Das hier, ne? Nein... Ich hab dein Portal gemeint Ich bin verwirrt Haha! Was sollst du euch dein eigenes Portal aufn? Oh Mann! Achso, ja, aus meiner... Äh... So... So... Ja, war doch leicht hier, euer Kinderspielmann Ja, das ist echt, ja... Ich glaub mal da so... Also da und... Da... Guck mal jetzt meins... Ja... Und dann... Kann ich da... Ich dachte ich komm hoch scheiße... Ähm... Ähm... Warte... Nein... Ich bin seitlich verwirrt... Keine Ahnung, was wir hier machen sollen... Ja, du bist... Ja, wir müssen... Wir müssen da hin... Okay... Kann man nicht irgendwie das so... Und dann... Ah... Guck mal... Ah... Ich auch... Genau, ja... Das... War auch mal da... Aber... Falsch, ne? Das, ähm... Ja, du müsstest es selbst hier umsetzen... No! Ja... Ähm... Moment... Ich mach dir das Portal... Warte... Ja genau, du machst mir das Portal... Nein, du fliehst... Ne, warte, warte... Wenn du jetzt dagegen springst... Wenn du jetzt dagegen springst... Stirbst du... Nein... Skill... 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 Warte, guck mal... Wenn ich so lauf, dann fall ich... WTF... Ja... Warum bist du da nicht gestorben? Das ist doch vor dem Weg... Ähm... Ja, weil da war so ein Pixel... So eine Kante... Ah... Was beschissen... Wie... Das muss man dann anders lösen... Ich weiß... Ich bin mir ziemlich sicher... So und dann dort... Ne, warte... So irgendwie doch... Bestimmt... So... Genau... Ja... Jetzt nur so awesome IM wie wir sind... Lauf man da einfach... Siegesichert durch... Hervorragend... Menschen würden jetzt eine Belohnung für den Abschluss des ZZV... Ja, so für alle Mittel zu ZZV... Guck mal, wir haben 14 Minuten, aber das ist uns scheiße... Es ist egal... www... ... ... ... ... ... ... ... ... Wie einfach mal Scheißstille zwischen den Ladepausen ist... Wir haben einfach gar keine Themen, worüber wir sehen können... Po taki... Nööööööö... Wir sind influencesprogramm geworden... Richtig... ...Wann hast du denn das letztes Mal Streetcel Roypot eigentlich gespielt... Woah, schon ein bisschen her... Da kommt man doch gar nicht hoch... doch es gibt keine warte 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 ich krieg's hin ich bin ich cheater wieder wahnsinn wahnsinn ja bescheiß ein bisschen höher da haben auch oder geht's ich bringe mich nicht schnell lokalen und die so easy doch doch ich habe manche runter du packst jetzt ein und es war mir so klar aber ich habe es nicht dass ich wieder sterben muss in der Nähe es hat sich aber das Verordnungsverordnungs wo auch hohe 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 er die Kulte der Fälle in der ich bin gar nicht wo wir in den Worten und dort mal das überlebt schweinert ist der Böder aber wie so jetzt bin ich gestorben das soll mehr als peinlich hat er wohl muss ich dann hier du hättest jetzt auch einfach durch das portal laufen können das ist nicht alles wiederholen müssen nein so und jetzt kommen wir hier skill skill aber jetzt naja jetzt bist du selber ratlos nur noch was der warte 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 nein mein dicht brauchen wir haben fall das ding ach siehste das geht doch nein stopp halt stopp halt stopp jetzt läuft er da unten ist eins da einzeln von mir du machst jetzt keine portale weil wenn du jetzt seine portale in das recken wieder geht doch mal zur seite und jetzt nimmst du den gemma gemma dahinter hierhin und nummer den strahl weg ja und ich gehe jetzt so du jetzt hast den strahl nicht mehr ne ne aber warte das ist scheiße das ist sehr scheiße und du hast den strahl nicht mehr kacke warte m m m m m m m m ja nun ich bin tot ich bin tot was musst du unterrufen um okay ich bin tot das ist ja wohl alter hier kommt ganz easy hoch Ich weiß, ey, das ist gerade ein bisschen... Ich glaube, die waren hier nicht gesehen. No! Mann, du musst den Strahl mitnehmen. Man kann sich nicht rennen, Mann. Äh. War fast ja wieder geknappt, ey. Ah, jetzt, siehst du? Alles Teamwork hier. Hier wieder hoch. Ihr werdet ihr Erfolg bei diesem Test beweist, dass die Menschen unrecht hatten. Sie hielten ihn für unerschönlich, tödlich, grausam. Ins Auge, Alter. Ich hätte es hier um. Aber als Defekt, natürlich hatten die Menschen stets nur eine einzige Chance, während ihr es immer wieder versuchen könnt. Und was machst du heute noch so? Die menschlichen Test-Subjekte fordern für den nächsten Test-Helme, um Herrn Verletzungen vorzubereiten. Ne, du weißt, es ist noch eine kostengünstigere Variante. Kann man war, was noch nicht? Wir müssen hier nach oben, ne? What the fuck? Schätzungsweise. Ja, warte, 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 warte. Wenn du wirst da hochgeschleudert, dann musst du also... Da, genau. Eck hoch. So, siehst du? Das ist schon mal used. Also, wir brauchen den... Den hier brauchen wir. Oh, warte. Und wir müssen da nach oben. Ähm... Also, wir werden hochgeschleudert. Also, ich muss mein Portal auf jeden Fall. Ah, warte, warte, ich muss mein Portal, genau. Ja, du musst mir den Strahl... Du musst mir... Machst du jetzt mal hier ein Portal? Ich bin oben. Ah, genau, optimal. Gut, dann kann ich jetzt... Ja, durch. Du musst durch dein Portal durch. Ne, ich kann jetzt durch dein Portal laufen. Ja, wenn ich da hoch... Oh, Gott. So ein Noob, der hier, ne? Ja, ist da. So. So, ja. Das müssen wir dorthin. Also, müssen wir... Ähm... Das Gelbe an die Wand. Ja, wollte ich grad machen. Lollollollollollollolloll... Ich würde ja durchlaufen, damit mein Portal einfach... Oh, Gott. Oh, meine beiden sind weg, scheiße. Oh, no! Warte. Was, warten? kann man hier nicht irgendwo ein fucking portal setzen und so und jetzt nicht euer fucking ernst sorry okay es ist jetzt das war jetzt mein pech so hier ist ein portal mache ich warum hast du denn jetzt den strahl ich hab ihn doch schon geholt gehabt egal mach du jetzt hier wieder deins ins loch ich muss erst mal da hä wieso bin ich du musst heute hier hin musst du dahin machen du bist so schlecht in dem spiel oh man oh falsch ist abgeschossen oh mein gott da geh hoch hol den strahl so jetzt kann ich einfach hier laufen genau bist du da ja komm runter jetzt geht bitte nicht durch die elektrische wand weil sonst warum passiert das alles nochmal nein so gemeint bin ich nicht so gut mein Jutester okay das es sieht ein bisschen kompliziert komm mal hier kann das nicht irgendwie so kann man da guck mal hier oh guck mal hier pass mal hier und jetzt muss ich das oh du bist so oh Junge hast du etwa mein portal ist okay ich soll hier senkrecht nach oben oder was kommst du auch ne du kommst nicht auf die andere Seite jetzt haben wir hier lol doch klar ich weiß wie es geht so das blaue dunkel hellblaue hier hinten hä was machst du mach mal mach mal hier einen strahl hin also da ein portal hin und hier ein portal hin weil jetzt haben wir hier oben ein portal ja und können zurückgehen ohne dass es verschwindet wegen der mauer okay also hatte ich das doch gegeben das ist das dunkelblaue portal von mir das da oben ist das ist jetzt nicht richtig ja hier ist es das dunkelblaue portal ja genau aber jetzt kann ich mich nämlich auf die andere Seite schießen lassen und jetzt bin ich da ja und was soll ich jetzt so jetzt ist die Frage ach warte 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 jetzt muss ich das gelbe ne jetzt musst du mir die beiden Portale machen nein 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 falsch du machst mir jetzt hier also das eine portal machst du mir also das ausgangsportal das rote das orangene machst du mir hier hin ja ja und das orangene halt in den strahl so ich hab hier das hellblaue okay so dann komm ich jetzt zu dir und jetzt machst du das orangene portal da hin das orangen das ist das orangen so ja so das wurde hier hin so folgen mir aber fertig und da hinten hatte ich das hellblaue dann kommt hier das dunkelblaue hin und wo bist du? ich bin fliegen bist fliegen bist du? das ist so beautiful so wir sind bei 25 minuten und ich denke das ist einfach passend um jetzt hier aufzuhören okay weil wir sind hier aus dem IAM und ich würde sagen ein toller Part war das natürlich aber wir nehmen auf jeden Fall bald wieder einen auf weil wir müssen ja es dauert ja nicht mal lang du meinst irgendwie 8 oder so von denen wir sind jetzt bei 6 von 8 und dann noch andere paar und 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 ergebnisse vor allem weil man mit Tränen keine um auf jeden Fall wie gesagt wir sehen uns dann einfach im nächsten Part wieder bis dahin tschüss euer süße Locke und oh zumal her ja das sagt nix ja ach so okay tschau tschau tschau